Musik Viele Besucher lockt das Kirschblütenfest jedes Jahr in die Widukinnstadt Enger. Unter dem Slogan von Bürgern, mit Bürgern, für Bürger veranstaltet der Kultur- und Verkehrsverein Enger ein blühendes Highlight im jährlichen Veranstaltungskalender, das mit einer bunten Mischung aus frischen Ideen und Traditionen Menschen aller Generationen zusammenbringt. Musik Jung bleibt das Fest auch durch unsere jährlich neu gewählte Kirschblütenfee, die im Festmonat April ihren 10-jährigen Geburtstag feiert. Natürlich lebt das Fest auch durch die Unterstützung der Stadt Enger und passend dazu besucht uns jedes Jahr die Rosenprinzessin aus unserer Partnerstadt Lichtenstein. Musik Selbstverständlich gehört ebenso ein buntes, vielfältiges Kirmesvergnügen zu unserem Stadtfest. Musik Buden, Karussells sowie zahlreiche weitere Angebote von rund 60 Schaustellern bieten unseren Gästen stets eine große und abwechslungsreiche Auswahl an Spielen, Leckereien, Adrenalinkicks und vielen anderen Überraschungen. Musik Auch Schulen und Vereine aus- und umenger sind gerne dabei, mit Infoständen, Bier- und Weinausschank oder einer Kaffeestube für guten Geschmack zu sorgen. Musik In der Parkpalette am Barmeierplatz gestaltet die Kaufmannschaft eine einzigartige, farbenfrohe und äußerst beliebte Gewerbeschau. Der eigentliche Zweck des Ortes als Tiefgarage wird durch die alljährliche Autoverlosung in Erinnerung gerufen. Am Samstagmorgen stehen die jüngsten Besucher des Kirschblütenfestes im Mittelpunkt. Mit einem Kinderflohmarkt und verschiedenen Angeboten wie einer Hüpfburg oder dem beliebten Kinderschminken widmet sich ein Vormittag ganz dem Nachwuchs der Region. Kultur pur gibt es in den Kirchen und Museen der Stadt zu bestaunen. Den Kern des Geschehens macht ein vielseitiges Programm auf zwei Bühnen aus. Auf dem Barmeierplatz werden dem Publikum Tanz, Musik und Talentshows geboten. Vereine und Bands bringen regelmäßig große Zuschauermassen zusammen, die sich von Breakdance, orientalischem und Volkstanz sowie Hip-Hop, Rock und Partymusik begeistern lassen. Musik In der Bachstraße bekommen auf unserer jungen Bühne Newcomerbands und Künstler aus der Region eine Auftrittschance, die sie regelmäßig nutzen und so das Publikum mit ihrem musikalischen und künstlerischen Talent mitreißen. Wir laden Sie herzlich ein, das Kirschblütenfest in Engert zu besuchen und sich von dem einzigartigen Flair sowie dem riesigen Angebot verzaubern zu lassen. Musik 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 Musik